Was ist das für die Führung der Active Sourcen? Ja, sehr positiv, wie Ferien. Eigentlich coole Kulissen, coole Leute. Super Trainer mit viel Erfahrung, die einem die neuesten Trends zum Sourcing weiterbringt. Ich denke, ein guter Überblick über das Thema Active Sourcing. Ich habe es vorher schon gekannt, schon ein bisschen Berufserfahrung gehabt, und es gab mir sicher auch das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, im zweiten Modul ist es sicher noch etwas tiefer in das Technische reingegangen. Man hat mehr über laufende Trends erfahren. Es war echt spannend, noch etwas in das Technische reingegangen und das Ganze im Detail anzuschauen. Ich denke, der grösste Benefit ist die Effektivität. Also man hat Active Sourcen-Prozesse, sie sind eigentlich bekannt gewesen, die Tools sind bekannt gewesen, auch die Kanäle, aber dass man das Ganze auch mit einer gewissen Effektivität umsetzen und es hat wirklich gute Tipps gegeben, wie man schneller und effektiver an die richtigen Kandidaten. Ja, absolut. Also ich würde sofort wieder gehen, ich habe viel umsetzen können und allein schon wegen den Leuten und den Pulissen ist es cool gewesen. Es ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein us Herz, das ist ein, das ist ein.